Achtung und bitte! Advent, Advent! Aber vielleicht kannst du die rausschmeißen. Okay, fertig! Das letzte Mal, das ist schwer. Ja, ich schaff das! Advent, Advent, dein Lichtlein wird. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor dir. Hallo liebe Fans! Es ist wieder Adventszeit. Dieses Jahr könnt ihr an unserem SG Adventskalender tolle Gewinne und Geschenke bekommen. Viel Erfolg! ... ... ... ...